ich hab ja schon ein bisschen das ging eigentlich jetzt mal baulange gemacht nächste woche weiß ich noch nicht ob ich dabei bin ich würde sagen ja nicht aber es kommt auf die uhrzeit an ich muss um fünf arbeiten am samstag ich weiß auch nicht wie gesagt habe ich online bin aber mir machte natürlich anfangen das kein problem alles gut wenn nicht dann ist also gut das habe ich ja nicht mehr wahrscheinlich nie wieder so bereich sichern ja 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 Das war's für heute. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Meine Fuze sind tödlich. Die explodieren manchmal. Ich kenne die fast gar nicht. Doch einmal hatten sie, glaube ich. Das ist ja nämlich... Das ist ja nämlich so ein Turm. Noch fünf Sekunden. Aber was sind die denn? Achso. Okay. Na ja, dann töten sie sich halt. Haben sie schon mal den Echo? Echo weg. Ich kenne meine Drohne. Okay. Machiere ein Zeit. Okay. Lade neue Magazin. Spezielle Ladung. Abstand halten. Okay. 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 Treffer versinkt. Treffer versinkt. Der wusste auch nicht, wie ihm geschieht. Weil zwei aus dem Gegner zu ihm gegangen sind. Genau. Einen. Oh, irgendwie sowas kann sein, ja. Gute Arbeit, der Mühre-Fahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Ist er da, Mann. Hm. Einsatz in zehn Sekunden. Passieren. Einsatz in fünf Sekunden. Nicht markieren. Makakieren. Makakieren. Der geht auch sehr klein ab zu dem Makak. Hm. Oh, das ist nicht mehr denn da rausgefallen. Wechsle Magaziner. Das ist nicht mehr. Wechsleampf-Bereich. Hm. Spezielle Ladung, Abstand halten. Entdeckung, gleich hinhalt. Lade-Bagatzin! Lade nach! Verdammt ihr, ich habe jetzt mal, Lucy hat gar nichts mehr im Leben. Was haben wir, Lucy? Schönen. Nein, schade. 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 Die Wand ist versterbt. Die Wand ist gesichert. Verschwinden wir keine Zeit. Zweite brauchen wir nicht. Keine Munition, leider nach! Mit? ... 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 sehr nice das haben sie clever gemacht auf fenster und tür gegangen mal wieder ja 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 wenn es auch noch oder was schrummiges jedenfalls jedenfalls zehn sekunden bis zum einsatz einsatz in fünf sekunden fb mhm ja d Das war's. Big Brother sieht einfach alles. Ich hab ein Kaninchen entdeckt. Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand. Ich hab meinen FGS verloren. Ich hab meinen FGS verloren. Markus, das schreckt mich doch nicht so, ey. Das ist kein Entdeckt. Scheiße. Hier ist über die Kamera, dass wir da sind. Ich wechsle das Magazin. Ich hab den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Hinter dir, hinter dir. Was drauf ist? Feindliche Akt, es bleiben noch 15 Sekunden. Ja? Es bleiben noch 10 Sekunden. Wo ist denn der? Sicherung des Behälters einstellen. Jetzt hier irgendwo. Der eigene Trupp hat den Bio-Gefahrgutbehälter nicht rechtzeitig gesichert. Mission gescheitert. Ach man. Und nun mit Lack, der wird natürlich noch im Bibi. Das obwohl der am Anfang, glaube ich, gekillt wurde. Ne, war das nichts von der Zerrunde, ne? Alles gut. Viel Erfolg. Naja, alles gut. Vielen Dank.